Der Prozess Krüger fand statt im Sommer 1922, in Deutschland, im Lande Bayern. In jenen Jahren ist die Justiz mehr als sonst politisiert. Urteile und Fehlurteile geschehen im Namen einer Republik oder eines Volkes oder eines Königs, in jedem Falle aber im Namen des sogenannten Rechtes. Der Museumsdirektor Martin Krüger ist in Ungnade gefallen. Er hatte sich für die progressive Malerin Anna Heider eingesetzt und ihr Selbstporträt, die nackte Lehrerin, auf Staatskosten angekauft. Während sich Krüger mit seiner Freundin Johanna Krein auf einer Spanienreise befindet, begeht die Malerin Heider aus nichtigen Gründen vom Schuldienst relegiert Selbstmord. Zum Trotz macht Krüger ihr angeblich obszönes Gemälde der Öffentlichkeit zugänglich. Das erregt Anstoß. Krüger weist jede Einmischung brüsk zurück, er allein bestimme, was gute Kunst sei. Kultusminister Flaucher sind danach, den unbequemen, aufmüpfigen Mann loszuwerden. Wie aber ohne Prestigeverlust. Da leistet Justizminister Klenk Amtshilfe. Er lässt einen manipulierten Prozess auffahren. Krüger wird des Meineides bezichtigt, er hatte nämlich einmal, und zwar wahrheitsgemäß, beschworen die Nacht nach einem Faschingsfest nicht im Bett der Anna Heider, sondern in dem der Johanna Krein verbracht zu haben. Ein bestochener Belastungszeuge, der Taxichauffeur Ratzenberger, wird aufgeboten, dessen eidlicher Bekundung das Gericht, wie sollte es anders sein, Glauben schenkt. So steht Eid gegen Eid. Trotz der tapferen Aussage der Zeugin Johanna Krein, trotz des glanzvollen Plädoyers des Dr. Geyer, einem jüdischen Rechtsanwalt und Abgeordneten der Sozialdemokraten, wird Krüger unschuldig verurteilt. Drei Jahre Zuchthaus. Der Fall Krüger und sein Umfeld interessieren mich als Schriftsteller. Mein persönliches Interesse aber gilt Johanna Krein. Ach, Sie? Das ist aber eine Überraschung. So finden Sie. Die Chance, Ihre Adresse zu wissen, muss ich doch ausnützen. Bitte. Danke. Das also ist Ihr Reich. Darf ich mich umsehen? Ja, natürlich. Poincaré, Memoiren. Das lesen Sie. Das war die Wohnung von meiner Tante. Die hat sich für Geschichte interessiert. Da hängt sie. Ich interessiere mich für Handschriften. Beruflich. Ich möchte Sie entführen, Johanna. Das hier ist aber kein Zerei, Herr Tüberlin. Malgré, ich möchte mit Ihnen zum Ammersee fahren. Mein Auto steht vor der Tür. Ich dachte, das wäre eine gute Idee an einem so schönen Sonntag. Was halten Sie davon? Die Rechtlichkeit ist in politisch bewegten Zeiten eine Art Seuche, vor der man sich hüten muss. Den einen erwischt eine Grippe, den anderen die Justiz. Martin Krüger war prädisponiert. Er hätte sich vorsehen müssen. Sein Fall ist Pech, aber für die Allgemeinheit von minderem Interesse. Untragisch. Aber für mich? Von beinahe ausschließlichem Interesse. Wollen Sie mir also helfen, im Fall Krüger, Herr Tüberlin? Ja, Ihretwegen. Und weil ich Spaß daran haben werde. Einziger Rechtfertigungsgrund menschlichen Tuns ist der Spaß. Denn die Handlung demjenigen macht, der handelt. Wenn man genug Spaß investiert, wird die fadeste Sache interessant. Auch die Politik. Ich interessiere mich zwar nicht so sehr dafür, aber ich kann verstehen, dass jemand Spaß daran hat, Macht auszuüben. Ja, zum Beispiel Herr Klenk. Macht bestimmt ganz wesentlich das Zusammenleben der Menschen. Und daran wird er seinen Spaß haben, der Klenk. Und wer schützt uns vor dem Missbrauch der Macht? Etwa der Gerichte? Der kann nicht nur lachen. Sind Sie uns sehr böse, wenn wir nachträglich noch zwei Tassen Kaffee bestellen? Na, gar nicht. Danke. Sie werden gemerkt haben, Johanna, ich sage alles gerade heraus, das ist komfortabel. Ich sage Ihnen also gleich, dass ich ein verwöhnter Mann bin. Eitel und vergnügenssüchtig. Und manchmal dumm. Insofern zum Beispiel, dass mir meine eigenen Sachen gefallen. Immerhin, Sie werden gut bezahlt. Im Übrigen setzt mich die Rente meines Genfer Hotels in die angenehme Lage, den Beruf des Schriftstellers sorglos betreiben zu können. Ja, ich finde das Leben angenehm. Johanna Krain, ich schlage Ihnen eine Verständigung auf unsentimentaler Basis vor. Jacques Tüverlin interessiert sich für den Fall Krüger und Sie interessieren sich für meine Späße. Das Sonderbare ist, dass Martin eine Wiederaufnahme seines Verfahrens gar nicht will. Ich begreife das nicht, bei seinem fanatischen Gerechtigkeitssinn. Glauben Sie, dass die gerechte Sache identisch ist mit der erfolgreichen? Krüger spielt jetzt den Märtyrer, aber ein St. Helena macht noch keinen Napoleon. das Sonderbare ist, das Sonderbare ist, Zeit, dass meine neue Maschine gebaut wird. Vielleicht hätte ich Martin längst heiraten sollen. Die Ehe ist eine dumme kapitalistische Institution. Mir wird bei der Vorstellung übel, man könne einen Menschen besitzen. Zusammenleben ist nur auf der Basis absoluter Freiwilligkeit möglich. Man muss jede Sekunde aussteigen können. Stellen Sie sich vor, aber Johanna, mein Freund, Krüger wäre Ihr Ehemann. Es könnten Ihnen während der drei Jahre, die er einsetzt, auch Dinge zustoßen, die Sie bedauern ließen, verheiratet zu sein. Das würde ich nicht glauben. Sehr am Such, Krüger. Kommen Sie mit. Bitte? Warten Sie da drin. Der Dr. Geyer meint, man müsse jetzt versuchen, über gesellschaftliche Beziehungen auf die Regierung einzuwirken. Mein Schäfter Baron Reindl ist zwar ein widerlicher Kerl, aber er interessiert sich für die hohe Kunst. Vielleicht bringe ich ihn dazu, dass er für Krüger interveniert. Aber wie bringt man die bayerischen Kraftfahrzeugwerke dazu, sich mit einem Justizirrtum zu befassen? Erstens war es kein Justizirrtum, sondern hunsgemeine Absicht. Und zweitens hockt der Reindl mit dem miesen Klenk im Herrenclub beieinander, sondern schauen, dass Ihr Anwalt eine Audienz kriegt beim Minister. Schön, dass Ihr gekommen seid. Ich danke Euch dafür. Martin, ich... Der Kaspar war so nett und hat mich herbegleitet. Und... wie... Du willst mich nicht fragen, wie es mir geht. Das verstehe ich, Johanna. Aber es geht mir nicht schlecht. Nicht schlecht in Umständen entsprechend. Ihr seht das von draußen. Von draußen sieht das fischlich mal aus, als hier zwischen den Mauern. Man findet sich ab. Das darfst Du nicht sagen, Martin. Wir holen Dich raus. Bestimmt. Gut, wenn Du um eine Freilassung kämpfen willst. Aber wär's nicht besser, sich von einem Mann abzuwenden, der nichts taugt? Ich gebe Dich frei, Johanna. Du bist ein feiger Hund, Martin Krüger. Reiß sie bloß zusammen. Und eins sage ich Dir, als Dein Freund sage ich Dir das. Merk Dir nur alles, was sie Dir antun. Merk es Dir für Dein ganzes Leben. Das wird die Weltanschauung von uns beiden beträchtlich annähern. Eine Weltanschauung, Bröckle und meine. Was ist das überhaupt, Weltanschauung? Irgendein Ismus. Ich kann Begriffe auf Ismus nicht ausstehen. Wie Impressionismus, Expressionismus, Kubismus. Selbst in der Kunst finde ich Ismen fragwürdig. War Cezanne ein Impressionist? Ein guter Maler war Cetou. Hat der Grüne Wald expressiv gemalt? Oder nur die Herren vom Blauen Reiter? Dieses ganze Kästchen denken, das ist doch Unfug. So gefällt er mir schon besser. Die Scheiße ist nur, dass ich nicht die nötigen Bücher hier habe, um ordentlich arbeiten zu können. Ein Mann ohne seine Bücher ist ein halber Mann. Ich bin sicher, dass ein Martin Krüger auch eine Zeit lang ohne seine Bibliothek auskommen kann. Tja, wird er müssen. Der Dr. Krüger ist der Regierung unbequem. Er hat Ansichten, die dem Wesen der Bevölkerung, der Methode der Verwaltung zuwider sind. Auch widersprechen seine Kunstanschauungen den üblichen Sitten und Gepflogenheiten, an denen der in seiner Grundschicht alpine, konservative Stamm, der die bayerische Hochebene bewohnt, festhält, festhält, dass diese Sitten und Gebräuche nicht übereinstimmen mit denen des übrigen Europa, dass sie basierend auf den Notwendigkeiten früherer Jahrhunderts patriarchalisch, also unlogisch und störend sind. Tut nichts zur Sache. Hansi? Tut nichts zur Sache. Aufgrund des Tatbestandes, dass der Dr. Krüger eigenwillige Anschauungen durchgesetzt hatte, nahm sich die Regierung selbstverständlich das Recht, den Mann mit den konträren Ansichten als Verbrecher abzuschieben. Ja bitte? Darf ich? Immer herein, wenn es ein Schneider ist. Ich habe den Smoking zur Antrube bereit. Sehr gut. Danke. Bitte. Äh, der Mann mit den konträren Ansichten? Als Verbrecher abzuschieben. Verbrecher abzuschieben. Ihn wegen eines guten Bildes, das er aufgehängt, wegen eines Beischlafs, den er nicht vollzogen, wegen eines Meinheits, den er nicht geschworen, ins Zuchthaus zu schicken. Andererseits ist Krüger nicht von Schuld frei zu sprechen. Er als Intellektueller musste wissen, dass er freventlich handelte, wenn er für das Bayern dieser Jahre gute Kunst kaufte. Insoweit ist Krüger nicht zu verteidigen. Wohl aber bleibt verwunderlich die komisch-machiavellistische Methode der bayerischen Justiz. Bitte sich an ihn ruhig zu halten, Herr Tüferling. Die komisch-was? Machiavellistische Methode der bayerischen Justizpflege. Was heißt das überhaupt? Von Machiavelli, C-H-I-L-L, der sagt, Recht ist, was dem Staate nützt. Origineller wäre es gewesen, den Direktor der staatlichen Galerien wegen eines Verstoßes gegen das Übliche zu verurteilen, obwohl es landesüblich ist, eine Frau zu beschlafen und es hinterher abzuschwören. Leider gibt es für Prozesse solcher Art keine gesetzliche Handhaben. Möchten vor den Spiegel treten und selbst? Ja. Also, die Schultern könnten etwas weniger Warte haben. Wie Sie meinen? Vor den Senner, sind Sie so liebenswürdig und bestellen Sie mir für heute Abend einen Tisch beim Pfandler. Halb neun, zwei Personen. An jenem Tag im blauen Mond September still unter einem jungen Pflaumenbaum da hielt ich sie in meinem Arm wie einen Traum wie einen Holdentraum und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben und als ich aufsah, war sie nimmer da. Du bist ein sentimentaler Hundkrieger. Reiß dich zusammen. Wir haben ihn zum Rapport gemeldet, Krüger. Auf geht's, los! Martin Krüger, Nummer 2478. Oh. Oh, sehr begabt. Haben Sie das gezeichnet, Herr Direktor? Ja. Also, was wollen Sie? Ich bitte zu gestatten, dass ich mir Bücher kommen lassen darf. Wissenschaftliche Literatur. Ach, die Bücher der Anstaltsbibliothek genügen wohl nicht. Sie genügen nicht. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob Sie als Strafgefangener oder als Privatgelehrter eingestellt sind? Es grenzt ein Zynismus, dass Sie sich bereits während der ersten Vollzugsstufe zu solch einer Bitte adreißen. Ich überlege mir, ob ich diese frechheitlich bestrafen muss. Ich bin sicher, dass Sie immer streng nach Vorschrift handeln. Die Vorschrift besagt auch, dass bei einer Hausstrafe die Bewährungsfrist für den Rest Ihres Pensums ein für allemal ausgeschlossen ist. Ich rechne nicht mit Bewährung, mein Herr. Ich rechne mit Freispruch und Wiederherstellung. Ab! Es ist ganz selbstverständlich, dass ich Ihnen helfe, Johanna. Aber das schließt doch nicht aus, dass ich ausspreche, was ist. Im Fall Trüger ist es nur förderlich, wenn man klar sieht. Guten Abend, meine Herrschaften. Werden Sie gut pfetit? Ich wünsche wohl zu speisen. Guten Abend, Herr Professor. Meine Verehrung, Herr Töferlin, Madame. Alles in Ordnung? Wie immer, Herr Ppaumbach. Aha. Vorderwusch. Ja, ganz reif, wie immer. Ein tächterdeutscher Mann mag keinen Pflanzen leiden, doch Ihre Weine trinkt er gern. Aber unsere sind auch nicht zu verachten. Der 21er wird wunderbar. Bis zu 250 Öchsle. Ein Jahrhundert war ihm voraussichtlich. Da heißt es rechtzeitig disponieren. Habe ich bereits. Für hier und für mein neues Unternehmen in Garmisch die Puderdose. Restaurant, Nachtlokal, Revue-Programm. Vielleicht darf ich Sie zur Eröffnung begrüßen, Herr Töferlin. 15. Februar. Das ist im Bereich des Möglichen. Was meinen Sie, Arne? Ja, schönen Abend, doch. Ich habe übrigens unlängst als Gast im Herrenclub den Minister Klenk kennengelernt. Sympathischer Mann. Er vertritt die schlechteste Sache der Welt. Und? Mancher gute Mann vertritt eine schlechte Sache. Ich habe Ihre Aphorismen satt. Man greift in lauter Glassplitter, wenn Sie reden. Sie sind schlimmer als die bayerische Justiz. Wann sehe ich Sie wieder? Unser Museum veranschaulicht in seinen ausgedehnten Sammlungen Grunderscheinungen und Gesetzmäßigkeiten der nicht belebten Natur, Verfahren und Vorrichtungen der Technik sowie deren historischen Werdegang. Der da rät. Es ist mir eine große Freude. Ist das Ihr Krüger vom Deutschen Museum? Mit dem werden es weniger Schwierigkeiten haben, Kollege Flaucher. Ich meine, weil keine Gelegenheit für Sauereien da ist bei dem technischen Blumper. Dass wir nun wieder in der Lage sind, dem interessierten Besucher auch die Entwicklung der Zeitmessung. Von der Kirchturm-Uhr des Mittelalters über die Pandule des Barock bis hin zu den modernsten Errungenschaften zeigen zu können. Meine Herren, bitte sehen Sie sich um. Mich wundert, mich wundert, dass Sie mich gar nicht fragen, wie sich Ihr Liebling im Zuchthaus aufführt. Na, wir haben nachher reine Tentes, provozieren tut er. Das seht ihr mir ähnlich. Was anderes habe ich von dem Schlawiner nicht erwartet. Äh, wie macht er nachher das, wenn er provoziert? Der Mann Krüger lächelt. So? Ja, die Anstaltsleitung berichtet, der gefangene Krüger lächle provokatorisch. Auch strenge Verwarnungen nützen nichts. Man denke daran, ihn zu bestrafen. Sollen Sie es nur? Na, ich persönlich halte nicht so viel von der Psychologie meiner Herren dort. Ich glaube nicht, dass das beanstandete Lächeln provokatorisch ist. Na, was denn sonst? Na, die Erklärung ist mir zu simpel. Ich habe Anweisungen gegeben, dass man davon absieht, den Krüger wegen seines Lächelns zu disziplinieren. Sie haben Sie auch anstecken lassen von dieser blöden Humanitätsduseleib. Ich glaube, wir werden ihn eines Tages begnadigen. Was? Eines Tages. Mit heute und mit morgen. Los haben Sie ihn schließlich, Herr Flaucher. Und rachsichtig sind wir da nicht. Oder? Der Boxer ist jetzt quergestellt, damit die beiden Zylinder im Fahrtwind liegen. Motor, Getriebe, Kardanantrieb. Selbstverständlich Kardan. Und nicht Kette. Alles in einem Block. Schaut gut aus, Kaspar. Gratuliere. Danke. Aber ob da der Rändl mit tut? Grüß Gott, die Herren. Meine Herren, das ist einer von unseren besten Ingenieuren, Kaspar Bröckel. So was haben Sie wahrscheinlich gar nicht in Wittenrum. Bröckel. Das sind die Herren, die uns immer ärgern, als Blech jeden Tag teurer wird, was uns runterschicken. Was basteln Sie denn da um anhand? Ein neuer Motor. Ein neues Motorrad. Die alte Helios können wir bald nicht mehr verkaufen. Der B-15 in Längsrichtung, Keiner im schlechter Radstand, das taugt nichts. Verhören Sie, der weiß besser als ich. Übrigens, diese Maschine da wird den Motorradbau für die nächsten Jahrzehnte revolutionieren. Darauf können Sie sich verlassen. Mir soll es recht sein. Ach, Bröckel, Sie haben mich doch neulich auf Ihren Freund Krüger angesprochen. Ja, allerdings. Ich habe Ihnen damals nichts Bestimmtes sagen können, weil ich gerade nach Moskau haben müssen. Sie, mit Ihren Genossen kann man für schwere Geschäfte machen, lieber Bröckel. Die sind doktrinär und bauernschlau. Das ist eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren Landsleuten. Vielleicht schicke ich Sie mal hin, Bröckel. Können Sie mir heute in Sachen Krüger was sagen? Er hat zwar mal behauptet, ich wäre ein Drei-Pfennig-Medici, aber das trage ich ihm nicht nach. Also, das Einzige, was ich für ihn tun kann, ist, dass ich schaue, dass sein Rechtsanwalt einen Termin kriegt. Der Minister Klenk, bitte, meine Herren. Servus, Bröckel. Servus. Arroganter Hirsch. Er kommt. Wird auch Zeit, Judenschwein, das uns drei Stunden warten lässt. Halt! Stehenbleiben! Rösten Sie! Das sind keine politischen Einlassungen. Scheiße! Ein Schlag ins Wasser. Nein, auf den Kopf. 378, das ist nicht besonders schlimm. Aber wir müssen uns brav ruhig verhalten. Ich möchte mich jetzt weiter mit meiner Mandantschaft besprechen, Schwestern. Aber nur ein paar Minuten, sonst wird der Herr Professor böse. haben Sie irgendeine Erklärung dafür, Doktor, warum man Sie überfallen hat? Mit solchen Ungelegenheiten muss ein jeder rechnen, der für eine Idee eintritt. Tätliche Angriffe gehören zum Risiko meines Berufs. Tut mir nur leid, dass ich den Termin beim Minister Klenk nicht wahrnehmen kann, wenngleich ich mir nicht gerade viel davon versprochen habe. Gehe ich eben hin. Was sehen Sie für Möglichkeiten? Nachdem die Revisionsfrist auf Wunsch des Herrn Dr. Kröger ungenutzt verstrichen ist, kommt eine Wiederaufnahme nach Paragraf 359. Könnte ich mal einen Schluck Wasser? Nach Paragraf 359 nur in Frage, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die das Gericht für geeignet hält, im Zusammenhang mit den früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten zu bewirken? Und was wären solche Beweismittel? Wenn zum Beispiel erwiesen würde, dass der Ratzenberger falsch geschworen hat. Selbstverständlich habe ich das naheliegende bereits getan und den Ratzenberger wegen mein Eids angezeigt. Es ist aber äußerst unwahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft daraufhin Anklage erheben wird. Auch auf eine Begnadigung hinzuwirken, ist vorderhand ganz so gut wie aussichtslos. Juristisch kann ich also wenig für ihn tun. Und auf anderem Weg? Sie könnten vielleicht durch gesellschaftliche Beziehungen auf die Regierung einzuwirken suchen. Sagen Sie, Doktor, wie heißt denn der Geschworene, der mich gegen den Staatsanwalt in Schutz nehmen wollte? Das war ein gewisser Kommerzienrat Hessreiter. Glauben Sie, dass der etwas machen könnte? Nicht ausgeschlossen. Ich habe allerdings an andere gedacht. An wen? Da ist einmal der Freiherr von Generaldirektor der Bayerischen Kraftfahrzeugwerke. Reindl. Er hat immerhin den Termin bei Klenk besorgt. Dann... Der Patient muss jetzt Ruhe haben. Also bitte. Ja, ein Augenblick noch, Schwester. Also der Reindl. Weiter der Bauernführer Bichler, der Kronpräsident, der Kardinalerzbischof. Ja? Ja? Diese zum Beispiel. Ich bin fertig. Sie können abräumen. In Sachen Krüger ist eine Dame da, Herr Minister. Eine Dame? Wo wollte eigentlich der damische Rechtsanwalt kommen? Na, lassen Sie es rein, Niedermeyer. Der Herr Minister lässt bitten. Ja. Klenk? Ich bin Johanna Krein. Freut mich, freut mich. Ja, ich habe eigentlich den Dr. Geier erwartet, aber Sie sind mir bestimmt lieber. Bitte, nehmen Sie doch Platz vor den Krein. Der Dr. Geier kann leider nicht kommen. Man hat ihn überfallen und jetzt liegt er im Nymphenburger Krankenhaus. Ja, oh Gott. Was will? Warum denn das? Von wem denn? Wahrscheinlich von politischen Gegnern des Abgeordneten Geier. Ich werde mich persönlich um die Sache kümmern. Darf ich Ihnen ein Glas Schalde anbieten? Nein, danke. Ja, also, was kann ich für Sie tun, Frau Langthein? Sie können dafür sorgen, dass der zu Unrecht verurteilte Dr. Martin Krüger vom Zuchthaus Straubing in seine Wohnung Elisabethstraße 3 zurückkehren kann. Zu Unrecht? Vielleicht. Vielleicht. Aber das Urteil ist rechtskräftig. Legal? Legal ist noch lange nicht legitim, Herr Minister. Es kann durchaus sein, das sage ich Ihnen vertraulich als Mensch, nicht als Minister, es kann durchaus sein, dass der Dr. Krüger nicht falsch geschworen hat. Aber da ist halt Eid gegen Eid gestanden. und die Geschworenen haben entschieden. Aber wenn Sie ein Justizirrtum nicht ausschließen können, dann müssen Sie doch etwas unternehmen, Herr Minister. Die Gerechtigkeit... Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist die Grundlage eines jeden Staates. Aber gerade darum muss eines jeden Staates Gerechtigkeit aus dem gleichen Stoff sein wie eben der Staat selbst. Ich vertrete die Justizhoheit meines Landes mit Überzeugung und das ganzem Herzen. Vielleicht wäre es im Sinne einer reinlichen Rechtspflege besser, wenn ich kling persönlich hinginge und sagen würde, du, Martin Krüger, bist schädlich für das Land Bayern. Ich muss dich also bedauerlicherweise erschießen. Das... Das ist... Das ist eine ganz ungeheuerliche Bemerkung. Was regen Sie sich denn so auf, Frau Leinkrein? Dazu sind Sie doch gar nicht legitimiert. Sie sind doch mit dem Krüger nicht verheiratet. Noch nicht. Jeder Bayern! Herr Minister. Wieso erfahre ich nichts von dem Überfall auf dem Rechtschirm mit Geiern? Es steht doch heute in der Zeitung, Herr Minister. So. Das habe ich Ihnen gelesen. Was hat man ermittelt? Nichts bisher. Es gibt keine Zeugen. Vermutungen? Im Polizeipräsidium ist man der Ansicht, die Täter werden in rechtsradikalen Kreisen zu suchen. So. Lass uns mal suchen. Vielleicht hilft Ihnen der eilige Antonius. Ich will auf dem Laufenden gehalten werden. Jawohl, Herr Minister. Danke. Hier bei Kommerzienrat Hesreiter. Ja. Ja, da müsste ich nachschauen. Wer ist denn? Eine Frau Johanna Krein, Herr Kommerzienrat. Hesreiter. Ja, natürlich erinnere ich mich an Sie. Wie sollte ich nicht? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich freue mich, dass Sie anrufen. Ja, selbstverständlich. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, Sie kommen zum Tee. Wenn Sie es einrichten können. Na, morgen, vier Uhr. Jawohl, ja, ich freue mich auch sehr. Ja. So, danke, Anton. Ich mache das schon. Sie machen sich ja keine Vorstellung, gnädiges Fräulein, was das für eine Qual war. Danke. Unter diesem geschworenen Esel, der ich gewesen bin, mich für sowas herzugeben. Nehmen Sie ab, es lang kann das. Na, danke. Und dieses Geschwätz bei der Beratung, diese miesen, neidischen Spießer, erfüllt von Hass und Missgunst mit politischen Ansichten, radikal, antisemitisch, indiskutabel. Das könnte einem Angst und Bange werden. Das klingt ja so, als ob Sie ganz und gar gegen die politischen Verhältnisse in diesem Land wären, Herr Hessreiter. Ich, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ich, für mich sind Sie passend. Ich meine, das war zwar nicht für alle zu treffen, aber natürlich freue ich mich, wenn es möglichst vielen Leuten gut geht. Schauen Sie, ich habe eine keramische Fabrik, ich stelle Massenware her, die muss verkauft werden und geht es den Leuten gut, geht es mir auch gut. Oder, richtiger gesagt, noch besser. Ganz praktisch, wenn man das Allgemeine so mit dem Persönlichen verbinden kann. Ach ja, wer ist kein Egoist, aber es muss alles seine Grenzen haben, selbstverständlich. Ja, der Grund meines Kommens ist auch ein egoistischer. Herr Hessreiter, ich wollte Sie bitten, ob Sie vielleicht etwas für Martin Krüger tun können. Ich meine, für seine Rehabilitierung nach dieser unglaublichen Rechtsbeugung. An der ich unschuldig bin. Umso eher haben Sie vielleicht Verständnis für meine Bitte. Tja, Sie glauben wirklich, dass ich in irgendeiner Weise... Mein Anwalt, Dr. Geyer, meint... Dr. Geyer? Ja, ist er dem wieder auf den Beinen nach diesem schrecklichen Überfall? Ja, halbwegs. Er meint, der Fall Krüger sei längst keine juristische Angelegenheit mehr, sondern eine politische. Und deswegen rät er mir, es über gesellschaftliche Kontakte zu versuchen. Ich meine, das ist ein etwas vager Rat, aber... vage, ja, aber... vielleicht... vielleicht könnte meine liebe Freundin, Frau von Radolny, die hat ja glänzende Beziehungen zum Kronprätendenten. Ich nehme an, Sie selber kennen persönlich niemand dergleichen. Nein, deswegen bin ich ja hier. Aber... bevor wir weiterreden, möchte ich Ihnen gern was zeigen. Einverstanden? Bitte einzutreten. Also, Herr Hessreiter, was denken Sie sich eigentlich? Ach so. Also, was ich Ihnen zeigen wollte, das hängt nochmal hier in meinem Schlafzimmer. Jetzt kommen Sie ruhig rein. Und drehen Sie sich um. Na? Ist die Überraschung gelungen? Ich hab's nie gesehen. Wie finden Sie es denn? Verzeihung, aber ich hab das Bild aus Solidarität gekauft. Aus Solidarität zu Dr. Krüger. Ich wollt nicht, dass es irgendwo in der Versenkung verschwindet. Wenn's doch nie gemalt worden wär. Ich werd's dem Krüger schenken, sobald er wieder in Freiheit ist. Das ist keine sehr gute Idee. Sie sollten im Winter für ein paar Wochen nach Garmisch fahren. Da können Sie mit aller Welt auf eine ganz zwanglose Art in Verbindung kommen. Und auch Frau von Radolny kennenlernen. Was berechtigt mich eigentlich zu all dem, was ich tue? Es ist doch ganz einfach. Ihre Liebe zu Krüger, die haben Sie ja vor Gericht so tapfer bekundet. Hier gilt doch nur, was vom Standesamt abgesegnet ist. Ja, ja. Ich werde Krüger heiraten. Ich gratuliere Ihnen, Nummer 2478. Sie bekommen einen Antrag. Lieber Martin, ich halte es für angebracht, unser altes Projekt zur Ausführung zu bringen und unsere Beziehung durch eine Eheschließung zu legitimieren. Juristische Berater informieren mich, dass dem auch unter den gegenwärtigen Umständen nichts im Wege steht. Ich werde die nötigen vorbereitenden Schritte ab sofort erledigen. Bei unserer nächsten Zusammenkunft hoffe ich, dir abschließendes mitteilen zu können. Sehr herzlich gegrüßt. Naja, die Unterschrift brauche ich Ihnen ja wohl nicht vorzulesen, Nummer 2078. Im Übrigen hat die Dame recht. Wir haben schon mehrere Eheschließungen unter diesen Umständen gehabt. Könnte ich den Brief mal sehen, bitte? Sie glauben, weil ich habe ihn gefälscht, Herr Bräutigam. Da. Haben Sie die Freundlichkeit, es inzwischen nochmals zu tippen, Frau Lenzelner? Ich bin dann am Nachmittag wieder da. Und meine Einlassungen zur Geschichte der Stadt München bitte auf blauem Papier archivieren. Wird gemacht, Herr Tüvelin. Wenn der Verlag anruft, sind Sie irgendwo zu erreichen? Ja, im Zuchthaus Straubing. Wo bitte? Ja, ich trete dort als Trauzeuge auf. Für Fräulein Krain. Ein Akt tätiger Reue nach einer kleinen Kontroverse neulich. Das ist Jacques Tüvelin. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Tüvelin. Danke für Ihre Bereitschaft. Ich glaube, wir sollten anfangen. Bitte heranzutreten. Ja, tun wir das. Ich frage Sie, Herr Doktor Martin Krüger, ist es Ihr freier Wille, Johanna Krain zur Ehefrau zu nehmen? So sagen Sie ja. Ja. Ich frage Sie, Fräulein Johanna Krain, ist es Ihr freier Wille, den Doktor Martin Krüger zum Ehemann zu nehmen? So sagen Sie ja. Ja. Somit erkläre ich Sie für rechtmäßig getraute Eheleute. Eheleute. Und Ihre Unterschrift, bitte. Zuerst der Ehemann. Und nicht mit Ihrem Mädchennamen, bitte mit Ihrem jetzigen Namen. Wie ist es, Herr Direktor, mit dem Vollzug dieser Ehe? Das würde die Leser der Telegram-Zeitung sicher sehr interessieren. Wenn Sie die Gelegenheit zum Beischlaf meinen, kann ich nur sagen, sonst noch was? Da muss ich Nummer 2478 noch beinahe drei Jahre gedulden. Neuerdings ist mir öfter mal Lektüre genehmigt. In Brehms Tierleben hat mich das Kapitel über diese Lemminge besonders interessiert. Seltsam, ihre rätselhaften Wanderungen. Wie sie in ungeheure Scharen zusammengedrängt plötzlich wie vom Himmel gefallen auftauchen und sich durch nichts aufhalten lassen. Durch keinen Fluss, keinen See, selbst durch das Meer nicht. Das beschäftigt mich sehr. Nach Bremen ist es nicht richtig, dass Nahrungsmangel der Grund für diese Völkerwanderung ist. Ich glaube das auch nicht. Einen Tierfilm möchte ich gern mal wieder sehen. Überhaupt kinobewegte Bilder. Herr Caspar Breckler hat bei seinem letzten Besuch hier die Theorie aufgestellt, der Film müsse die Aufnahmefähigkeit des Beschauers für das ruhende Bild der Malerei nachdrücklich verändern. Vielleicht hat er recht. Ich habe übrigens den Direktor gebeten, dass ich ein paar Stunden am Tag schreiben darf. Über die Spanier. In der Erinnerung und ohne die unmittelbare Anschauung ist vorher am faszinierendsten. Und das will ich festhalten. Es könnte eigenartig werden. Wer von meinen Kollegen hat schon die Gelegenheit wie ich die Abgeschiedenheit des Zuchthauses zu genießen? Martin, ich werde im Februar für zwei Wochen nach Garmisch gehen. Man hat mir dazu geraten. Und in Garmisch treffen sich derzeit alle wichtigen Leute, auch Leute, die für dich wichtig sind, Martin. Tja, wenn du glaubst, dass du dort etwas für mich tun kannst, Johanna, tu's. Das zieht manchmal ein bisschen im linken Arm. Der Anstaltsarzt hat mir ein Nitroglycerin-Präparat verschrieben. Aber das ist doch ein Herzmittel. Was ich in eine vorübergehende Malaise. Ich habe da keine Bedenken. Goya übrigens mir selbst ein Stück Revolution. Die Beteiligung der Kunst an den politischen Geschichten ist bei ihm Wirklichkeit. Was er mit seiner Malerei über die Geschichte Spaniens erzählt, das sind Bruchstücke, die das eigene Erlebnis wie ein Blitz beleuchtet. Erinnerst du dich an Madrid, Johanna? Was ist denn da? Noch ein Wort, bitte schön, Herr Tövelin. Ja? Herr Tövelin, ich kenne Ihre Bücher. Erfreulich. Coriolan gefällt mir am besten. Da nehmen Sie die Philister ganz schön aufs Korn. Meinen Sie? Unsere Leser würden sicher gerne erfahren, wie es kommt, dass Sie für Dr. Krüger den Trauzeugen machen. Sind Sie befreundet? Meine Einstellung zu dem zu Unrecht Verurteilten können Sie demnächst in diversen Gazetten lesen. Ich möchte aber, Sie verstehen, gerne selber drüber schreiben. Kurt, dann schreiben Sie. Der Schriftsteller Jacques Tövelin fühlt sich verpflichtet, seine Solidarität mit jedem zu bekunden, der das Opfer einer Rechtsbeugung geworden ist, sei es öffentlich, sei es im privaten Bereich, wie hier und heute. Danke. Bitte. Der Tövelin hat seinen Artikel über deinen Fall einer internationalen Presseagentur übergeben. Und ich bin sicher, dass er jetzt in allen wichtigen Zeitungen erscheinen wird. Den ist wirklich gut. Viertel noch eins. Die Sprechzeit ist leider um. Ich muss Ihnen bitten, Frau Krüger. Du wirst durchhalten, Martin. Ich weiß es. Vielleicht ist der ganze Spuk in ein paar Wochen vorbei. Ich muss dir noch etwas sagen, Johanna. Du musst wissen, dass ich keinerlei Ansprüche ableite aus... Ich meine aus dem, was hier heute geschehen ist. Das sogenannte Deutsche Freistaat ist zur Freistätte geworden, auf der sich dieses Ungeziefer hemmungslos bereichern kann. Darüber soll es keinen Zweifel geben. Wir wahrhaft Deutschen lassen uns nicht hemmungslos vom Judentum die Gurken abschneiden. Unser Kampf ist zugleich ein Streiten um die Wiedergewinnung der Achtung der deutschen Nation in der Welt. Darum haben wir den festen und unverrückbaren Glauben unser Buster-Sieg werden. Und wahr es, dass die Saujuden schuld sind an allem. Und der Rothschild, der das Hurtgeschäft hat in der Theatinerstrasse, das ist ein Verwandter von dem Oberspitz-Buhm in Paris. Und ich sag Ihnen was. Wir gehen hin zu dem Rothschild und hauen ihm sein Schaufenster ein. Und er selber den Haumrat zusammen, den reichen Schlawiner. Das ist doch ein Vogelratzenberger. Was meinst, wenn der so reich war? Dass er nachher selber Hürt verkauft und stellt sich in den Lohn rein und bedient er jede spinnete Goas. Du warst ein Tret-Girl. Ich kenn ihm selber den Rothschild. Weil die haben schon seit sechs Jahren meine Semen liefert. Nein, 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 das ist ein guter Mann. Für was soll der was können, dass der Krieger gegangen ist? Und für Versailles? Gar nichts. Ja, und ich hab mich schon mal drin gehabt in meiner Droschken. Mit einem galizischen Rabbiner ist er eingestiegen. Was meinst du, was die geredet haben miteinander? Daran hab ich gemerkt, dass der Rothschild Mitglied von einem Geheimbund ist. Ich muss er werden, der Saujut. Ja, und das sind die Leute, die was richten, dass unser Geld alle Tag weniger wert ist. Jetzt sag ich doch mal was, Ratzenberger. Du meinst nicht mehr, dass du der Mann bist, seit's den Meinheit geschworen hast? Dass du der Einzige bist, der war euer Recht hat? Was hätt ich? Ein Meinheit hätt ich geschworen. Ja, ein mein-eitiger Hund bist. Sag das noch einmal. Freilich sag ich das noch einmal, dass du ein mein-eitiger Hund bist. Kameraden! Einer unserer Besten ist von feiger Mörderhand gefallen. Ein kommunistischer Hunsfurt hat sein Leben ausgelöscht. Weil Kamerad Ratzenberger den jüdischen Erzfeind angeprangert hat. Weil er gesagt hat, was wahr ist. Dass nämlich die Juden und das Zinskapital unser Unglück sind. Weil er gesagt hat, dass wir als wahrhaft Deutsche zusammenstehen müssen in bedingungsloser Treue. Und als wahrhaft Deutscher ist Kamerad Ratzenberger den Heldentod gestorben. Wir werden ihm ein immerwährendes Andenken bewahren. Heil, Kamerad Ratzenberger! Du fielst von schnöder Mörderhand in deinen besten Jahren. Der Feind, der dir das angetan, soll in die Hölle fahren. tokenische Musik Einen besseren Pinz nur mehr Der Donnerl schluchzt und streit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe mir erzählen lassen, lieber Bröckel, dass Sie gelegentlich zur Laute singen, selbstgemachte Sachen. Singen Sie mir doch mal was davon vor. Wie heißt der Paragraf 1 unserer Verfassung, Herr von Reindl? Er heißt, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Aber wo geht sie hin? Ja, wo geht sie wohl hin? Irgendwo geht sie doch hin. Der Polizist geht aus dem Haus. Aber wo geht er hin? Ja, wo geht er bloß hin? Seht, jetzt marschiert das große Tromm. Aber wo marschiert es hin? Ja, wo marschiert es wohl hin? Irgendwo marschiert es doch hin. Jetzt schwenkt es um das Haus herum. Aber wo schwenkt es hin? Ja, wo schwenkt es bloß hin? Die Staatsgewalt macht plötzlich Halt. Da sieht sie etwas stehen. Was sieht sie denn da stehen? Da sieht sie etwas stehen. Und plötzlich schreit die Staatsgewalt. Sie schreit auseinander gehen. Warum auseinander gehen? Sie schreit auseinander gehen. Ihr Geschmack, Herr von Reindl? Bravo. Weiter. Da steht so etwas zusammen Gewalt. Und etwas fragt warum. Warum fragt es denn warum? Da fragt sowas warum. Da schießt natürlich die Staatsgewalt. Und da fällt so etwas um. Was fällt denn da so um? Warum fällt es denn gleich um? Die Staatsgewalt sieht, da liegt was im Kot. Irgendwas liegt im Kot. Was liegt denn da im Kot? Irgendwas liegt doch im Kot. Da liegt etwas wie Mause tot. Aber das ist ja das Volk. Ist denn das wirklich das Volk? Ja. Das ist wirklich das Volk. Was wird jetzt mit meiner Neukonstruktion? Das ist doch bloß Gerede mit Ihren Amerikanern. Sie wollen mich vertrösten. Sie haben mich herbestellt, damit ich Ihnen den Hans Wurst mache. Sie haben Ihren Tee noch gar nicht angerührt. Essen wir zusammen? Das glaube ich nicht. Darf ich Ihnen das hier schenken? Shakespeare's Sonnette. Gibt es da nicht auch einen Privatruck von Ihren Balladen? Ja, ein 20 Exemplar. Könnte ich da eins haben. Ich bitte 100 englische Pfund. Sie meinen, da kann ich mir beinahe ein Haus davon kaufen, aber die Dinger sind unverkäuflich. Danke. Habe die Ehre, Herr von Reintl. Lassen Sie die Hotelrechnung auf mein Zimmer schreiben. Das war's aber in der Nähe. Es war's. Ich bin der Weg am Zimmer. Shock notes. Was das sind ihnen? Habe. Kann ich die mal haben? Nein, vielleicht später. Wann? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht zwei. Wenn die Dame erschienen ist, auf die ich hier warte. Oh, ich rate Ihnen ab. Falls Sie kein Jiu-Jitsu können, ist das aussichtslos. Es sei denn, Sie sind ernsthaft politisch interessiert. Sind Sie das? Sicher mehr als Sie. Dann können Sie sich gleich lassen. Bitte. Der Artikel über die Funktion der Kunstmuseen im bolschewistischen Staat, den können Sie sich sparen. Der Kerl schreibt Blödsinn. So. Ich fürchte, es gibt nicht einmal ein Dutzend Leute, die etwas Ernsthaftes dazu zu sagen haben. Das ist unerschlossenes Gebiet. Ich habe ein Jahr damit verloren, um draufzukommen, dass der Marxismus Sinn für mich hat. Und ein weiteres Jahr, um zu kapieren, dass er keinen Sinn für mich hat. Wollen Sie mich nicht in Ruhe lesen lassen? Die Schwierigkeit für mich ist, dass ich zwischen den Klassen stehe. Ich bin nämlich Schriftsteller. Aber zur Zeit bin ich sowieso der Meinung, dass das deutlichste Motiv für meine Handlungen der Spaß ist. Der reine Spaß. Sie verstehen? Nein. Es gibt eine gewisse Glorifizierung des Spaßes in einem antiken Theaterstück. Darin ist der Spaß ungefähr aufgefasst als Kreuzung und Durchkreuzung der zivilisatorischen Vernunft durch den Naturtrieb. Pentheus gegen Bacchus. Das Stück ist von Euripides und heißt Die Backchen. Kennen Sie das zufällig? Ich kenne es nicht. Aber ich gebe Ihnen zu, dass dieser Artikel ein Schmarrn ist. Was haben Sie da gerade über Spaß gequatscht? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich nicht so anmaßend bin, meinen Spaß, das heißt, das, was ich schreibe, als verbindlich auch für andere zu erklären. Unverbindlichkeit ist eine Todsünde. Aha, das Diktat der Verbindlichkeit. Wissen Sie, das überlasse ich anderen. Machtmenschen, Politikern, Pfaffen, Hohlköpfen. Und Schriftstellern, die sich mit Recht zu nennen, weil sie Dokumente der Zeit machen. Das ist ihre Funktion, sonst nichts. Die Menschen in diesem Staat sind gespalten in zwei Klassen, die sich bekriegen. Der Klassenkampf ist der einzig gegebene Gegenstand für einen Schriftsteller. Vor dem kann er sich nicht drücken. Sonst ist seine Existenz ohne Sinn. Ja, schauen Sie hin. Der schiere Strich. Das lasterhafte Tal. Shakespeare oder Johannes R. Becher? Keiner von beiden. Wer? Das ist wurscht, stimmt jedenfalls. Übrigens heiße ich Bröckel. Kaspar Bröckel. Jacques Duverli. Ach so, der. Ja. Kognak? Ja. Herr Ober. Zwei Kognak, bitte. Sie wollen, Sie wollen. Prost. Was machen Sie denn in Garmisch, Herr Bröckel? Per Order Mufti. Ich bin bei den bayerischen Motorenwerken beschäftigt, aber nicht mehr lange. Der Alte geht mir auf die Nerven. Und Reindl? Was halten Sie von der Literatur der Aufklärung, Herr Bröckel? Nichts. Verstaubtes Zeug. Sie halten also nichts von den Idealen der Freiheit, Vernunft, der Güte. Was nützt die Güte, wenn die Gütigen erschlagen werden? Oder man erschlägt die, zu denen die Gütigen gütig sind. Was nützt die Freiheit, wenn die, die frei sind, unter den Unfreien leben müssen? Was nützt die Vernunft, wenn bloß der Unvernünftige etwas zu fressen hat? Anstatt nur vernünftig zu sein, müssen wir dafür sorgen, dass die Unvernunft zu einem schlechten Geschäft wird. Anstatt nur gütig zu sein, müssen wir einen Zustand schaffen, der die Güte überflüssig macht. Und anstatt von Freiheit zu faseln, müssen wir einen Zustand schaffen, der sogar die Liebe zur Freiheit überflüssig macht, weil alle frei sind. Und das wäre dann die normative Kraft des Faktischen. Ihre Theorie ist etwas eingleisig, Herr Bröckel. So, meinen Sie. Ah, der Cognac. Danke. Also, Herr Bröckel. Viel Wohl. Ah, la dame arrive. Grüß Gott, Kaspar. Grüß Gott. Wie kommen Sie denn ins Sonnenwicht, das ja beinahe so... Kinn sich. Der Reindl hat mich herbestellt, dieser arrogante Hirsch. Das ist Kaspar Bröckel, ein Freund meines Mannes. Jacques Tüverlin ist unser Trauzeuge. Wir haben eine Abmachung miteinander. Er interessiert sich für den Fall Krüger und ich interessiere mich für seine Späße. Traktiert er Sie auch mit seinen Vorzehideen, Johanna? Könnten wir unsere Unterhaltung beim Abendessen fortsetzen, Herr Bröckel? Ich habe schon vorhin eine derartige Einladung abgelehnt. So. So. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich habe es gestern, weil ich bei Ihnen hochwerden. So. Dann sind Sie jetzt schon wieder da. Ja, weil ich gestern was nicht gesagt habe und überhaupt es noch nie. Was denn? Es ist wegen meinem Mann, der gestorben ist, weil Sie unterschlagen haben. Ach. Und weil er einmal an meinen Mann geschworen hat, mein Mann, und der andere dafür im Zuchthaus sitzt. Natürlich unschuldig. Ich habe mir gedacht, dass mein Mann jetzt im Fehlfeuer, dass er deswegen in die Flammen schmachtet. Ja, gute Frau, da können wir nur hoffen, dass Ihr Mann im Zustand der heiligmachenden Gnade gestorben ist. Sonst sehe ich es noch schlimmer aus. Wissen Sie, ob er diese schwere Sünde jemals gebeichtet hat? Ja. Er ist ja bloß alleweil bloß auf Ostern in die Kirche gegangen mit dem Feuchter. Aber mir hat es eingestanden, dass er falsch geschworen hat und ablehrt hat er mich. Deiner wegen habe ich falsch geschworen, du Blöds, damit wir die Konzession nicht verlieren von unseren Taxameter. Ich verstehe das alles nicht so recht. Aber eines weiß ich sicher, Sie müssen zum Gericht und dort die Wahrheit bekunden. Vielleicht gelingt es damit, den lieben Gott gnädig zu stimmen. Und er erbarmt sich der armen Seele ihres Mannes. Natürlich kann das Eingeständnis der Witwe Ratzenberger die Einleitung... Wie gesagt, es kann die Einleitung einer Wende bedeuten, aber wir dürfen die Sache nicht zu optimistisch sehen. Aber wieso denn nicht? Damit ist doch erwiesen, dass Martin unschuldig ist. Fräulein Kreil... Pardon, Frau Krüger, ein Wiederaufnahmeverfahren in die Wege zu leiten, ist eine schwierige Angelegenheit und in diesem Falle beinahe aussichtslos. Das verstehe ich nicht. Über die Zulassung eines Antrags auf Wiederaufnahme entscheidet nach § 367 der Strafprozessordnung Das Gericht, dessen Urteil mit dem Antrag angefochten wird. Hier also jenes bayerische Gericht, das Ihren Mann verurteilt hat. Ich müsste nachweisen, dass sich der Zeuge Ratzenberger mit der Beeidigung seiner Aussage einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat. Gemeinhin anerkennen die Gerichte in einem solchen Fall Mein Eid aber nur, wenn er bekräftigt ist, durch eine Verurteilung, das fragliche Zeuge. Der fragliche Zeuge Ratzenberger befindet sich derzeit aber im Fegefeuer, wenn nicht noch anderswo. Einen Verstorbenen kann man mitunter rehabilitieren, aber eine posthume Verurteilung gibt es leider nicht. Glauben Sie denn, der feine Herr Landgerichtsdirektor Hartl, von dem Sie ja einen ganz persönlichen Eindruck haben, wird die eidesstattliche Erklärung der Witwe Ratzenberger als hinreichenden Nachweis im Sinne des Gesetzes gelten lassen? Ich denke, nein. Auf alle Fälle wird etliche Zeit verstreichen, bis ich das Material herbeigeschafft habe, um den Antrag juristisch genügend zu fundieren. Ich empfehle Ihnen also weiterhin, hier in Garmisch aktiv zu sein, Frau Kröge. Erich. Darf ich Ihnen das Vergnügen bitten, mit Ihnen zu treten? Ich habe noch nie dieser Z quem schaden. Erich. Ich habe noch nicht über Jahre alt, aber ich habe noch nie das Vergnügen, von der Erich. Ich werde noch nicht über моя Frau Kröge. Ich habe noch nie das Vergnügen. Ich habe noch nie das Vergnügen, wenn ich die Kosten habe. Ich habe noch nie das Vergnügen, Ich habe noch nie das Vergnügen. Amen. Früher ist das eine Lagerhalle von der Beiwacht gewesen, da haben sie auch immer gebraucht. Und da denk ich mir, Schandler denk ich mir, da macht der Nachtlokal draus. Die Dekoration hab ich von Berlin, da hat ein Kollege umgeschmissen und der hat mir das ganze Zeug billigst verkauft. Er war froh, dass es los war und ich war froh, dass es es gab da. Nicht schlecht, was Herr Tüffelin? Sehr listig. Und fertig wird's auch besser, Premier. Pünktlich zum 15., wie ich noch damals gesagt hab in München. Freu mich, dass Sie kommen werden. Und Ihren Cordo Hush hab ich auch schon. Gut. Und das Programm, die Insaroba, meine Entdeckung, eine Rossin, hab ich auch in Berlin gefunden. Garmes ist ja nicht sehr groß. Wir sehen uns sicher wieder. Gut. Das sind Sie ja. Ich freue mich, dass Sie über einen Ratschlag gefolgt sind. Ach, Herr Hessreiter. Sie haben soeben angetroffen und nicht allein. Darf ich die Dame bekannt machen? Das ist Johanna Krein und hier ist meine liebe Freundin Katharina Radolny. Grüße Sie, Fräulein Krein. Ich heiße jetzt Krüger. Ach, haben Sie es also wahr gemacht. Dürfen wir uns ein bisschen zu Ihnen her setzen? Aber gern. Ein großer Mann, den ich nicht besonders gut leiden mag, sagte, die Philosophen haben die Welt erklärt, es kommt aber darauf an, sie zu ändern. Ich, wenn meine Person glaube, dass das einzige Mittel, sie zu ändern, ist, sie zu erklären. Erklärt man die Welt plausibel, ändert man sie. Auf stille Art durch Vernunft. Sie mit Gewalt zu ändern, versuchen nur diejenigen, die sie nicht erklären können. Gegeben zu Garmisch-Partenkirchen, Hotel Post, Zimmer, Zimmer. 31, Herr Tübelin. 31, danke. Datum und so weiter. Natürlich war es grober Unfug, dass Paul sich überhaupt als Geschworener zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten auch schon einige Auseinandersetzungen zu diesem Thema. Ja. Der Anschein, dass ich am Urteil gegen Ihren Mann mitschuld sein könnte, der hat mich immer bedrückt. Aber Sie waren ja nicht der einzige, Herr Hessreiter, der sein Votum abgegeben hat. Ich bin froh, wenn Sie das so sehen. Ich hab neulich schon den Eindruck gehabt. Gott sei Dank. In den nächsten Tagen wird in Garmisch der Kronprätendent erwartet. Und als begeisterter Schlittschuhläufer pflegt er im Hotel am Rissersee, Quartier zu nehmen. Ich kann versuchen, für Sie ein Gespräch zu arrangieren. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Auf die Stimme seiner königlichen Hoheit wird immer noch gern gehört. Auch im Freistaat. Es ist sehr bitterkönigliche Hoheit, dass in einem Land, das Ihr hausamer regiert hat, ein Unschuldiger so der Willkür der Justiz ausgeliefert ist. Sie können mir glauben, Frau Kröger, dass ich die politische Szene mit großer Besorgnis beobachte. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Exil zu bleiben. Weit ab von den Misslichkeiten, die einem tagtäglich vor Augen geraten. Das Aufkommen einer Partei, die sich national und sozialistisch nennt, droht zum Sammelbecken für Unzufriedene zu werden, die auf falsche Parolen hereinfallen, auf patriotisches Geschwätz, das nur den Zweck verfolgt, irgendwie an die Macht zu kommen. Und wehe uns diese Leute kommen an die Macht. Dann sind die Rechtsbeugungen der Gegenwart nur Bagatellen gegen das, was geschehen wird. Solange mein Mann im Zuchthaus in Straubing sitzt, interessiert mich die Zukunft nicht, königliche Hoheit. Mein Kind, ich gebe Ihnen einen Rat. Wenden Sie sich an den Ökonomen Bichler. Sie wissen, der blinde Bauernführer. Sein Einfluss ist wesentlich größer als meiner. Ja, manche Leute sagen, er wäre jetzt der heimliche Regent in Bayern. Ja, Bichler ist gescheit, unbekümmert um Prestigedinge, menschlich. Ja, aber wird er mich überhaupt empfangen? Sicher. Wir müssen nur eine günstige Gelegenheit abwarten. Ich werde dann von mir hören lassen, Frau Krüger. Aber jetzt sind Sie nicht verzagt. Es wird alles wieder gut werden. Herr Minister, bleiben Sie lange in Garmisch? Na, schauen wir mal. Eine Woche vielleicht. Haben Sie Herrschaften rezergiert? Herr Pfauenle hat uns gebeten. Ich sage dem Chef sofort Bescheid. Im Übrigen finde ich diesen Bröckel amüsant. Ein amüsanter Sozialist. Nebenbei verfasst er aufmüpfige Balladen, die er dann selber zur Laute vorträgt. Ich sag ja, amüsant. Herr Pfauenle hat das hier mit am Eingang, der behauptet, Sie hätten ihn eingeladen. Ach, der Herr Tüferlin, danke. Herr Tüferlin, ich freue mich, dass Sie da sind. Madame, darf ich bitten, mir zu folgen? Ich hoffe, Sie haben Sie damit einverstanden, dass ich Sie am Tisch vom Herrn Comerzerat Hessreiter platziere. Herr Hessreiter? Paul, Fabrikant, süddeutsche Keramik, Geschirr, Wasen. Kacheln, Gartenzwerge. Die Verschworene, von dem ich Ihnen erzählt habe. Herr Pfauenle lässt fragen, ob Sie bald fertig sind. Da, 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 vierze Minuten. Ich bin froh, dass Sie das Gespräch mit seiner königlichen Hoheit hoffnungsvoll stimmt, Frau Krüger. Ja, das tut es wirklich. Vielen Dank, Frau von Radonje, dass Sie sich so nett für mich eingesetzt haben. Boah, das ist doch gern geschehen. Schon aus ganz bestimmten Gründen. Ich wollte auch etwas für das schlechte Gewissen des Herrn Comerzienrats tun. Schließlich ist es Paul nicht gelungen, die Geschworenen umzustimmen. Natürlich trifft Krüger auch Schuld. Er als gebildeter Mann hätte schließlich wissen müssen, dass er frevelhaft handelt, wenn er für das Bayern dieser Jahre gute Kunst kauft. Und man hätte ihn wegen Aufmüpfigkeit anklagen sollen, nicht wegen eines Meiner, als den er gar nicht geschworen hat. Für meine neueste Entdeckung, die Insa Rover. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum haben Sie mich vorhin so deutlich fixiert? Richtig begehrlich haben Sie mich fixiert. Ich steh zur Verfügung. Was willst du denn? Stell dich nicht so an, du kleine Mutter! Oh, grödes Biet! Du flügelst doch mit jedem, warum dann nicht mit mir? Und nun, meine Herrschaften, auf geht's zum Schimmi! Was halten Sie von einer schlitten Partie, Johanna? Nach dem Eschaufment? Oh, ich halt das davon! Das freut mich. Das freut mich sehr. Oh, ich bin jetzt schon wieder. Oh! 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 Oh, oh! Kutscher, läuten Sie bitte und fragen Sie mal, ob noch ein Zimmer frei ist. Ich brauche Ihren Haufen. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 nur in Frage, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die das Gericht für geeignet hält, im Zusammenhang mit den früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten zu bewirken. Und was wären solche Beweismittel? Wenn zum Beispiel erwiesen würde, dass der Ratzenberger falsch geschworen hat. Selbstverständlich habe ich das Naheliegende bereits getan und den Ratzenberger wegen Meinheits angezeigt. Es ist aber äußerst unwahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft daraufhin Anklage erheben wird. Auch auf eine Begnadigung hinzuwirken, ist vorderhand so gut wie aussichtslos. Juristisch kann ich also wenig für ihn tun. Und auf anderem Weg? Sie könnten vielleicht durch gesellschaftliche Beziehungen auf die Regierung einzuwirken suchen. Sagen Sie, Doktor, wie heißt denn der Geschworene, der mich gegen den Staatsanwalt in Schutz nehmen wollte? Ach, das war ein gewisser Kommerzienrat Hessreiter. Mhm. Glauben Sie, dass der etwas machen könnte? Nicht ausgeschlossen. Ich habe allerdings an andere gedacht. An wen? Da ist einmal der Freiherr von Generaldirektor der Bayerischen Kraftfahrzeugwerke. Reindl. Er hat immerhin den Termin bei Klenk besorgt. Dann... Der Patient muss jetzt Ruhe haben. Also bitte. Ja, ein Augenblick noch, Schwester. Also der Reindl. Weiter der Bauernführer Bichler. Der Kronpräsident. Der Kardinal Erzbischof. Ja. Ja. Diese zum Beispiel. Ich bin fertig. Sie können abräumen. In Sachen Krüger ist eine Dame da, Herr Minister. Eine Dame? Wo wollte eigentlich der damische Rechtsanwalt kommen? Na, lassen Sie es rein, Dieter Mayer. Der Herr Minister lässt bitten. Ja. Klenk? Ich bin Johanna Krein. Freut mich, freut mich. Ja, ich habe eigentlich den Dr. Geyer erwartet, aber Sie sind mir bestimmt lieber. Bitte, nehmen Sie doch Platz vor den Kranen. Der Dr. Geyer kann leider nicht kommen. Man hat ihn überfallen. Und jetzt liegt er im Nymphenburger Krankenhaus. Ja, um Gottes Willen. Warum denn das? Von wem denn? Wahrscheinlich von politischen Gegnern des Abgeordneten Geyer. Ich werde mich persönlich um die Sache kümmern. Darf ich Ihnen ein Glas Scherwe anbieten? Nein, danke. Ja, also, was kann ich für Sie tun, Frau Lankrein? Sie können dafür sorgen, dass der zu Unrecht verurteilte Dr. Martin Krüger vom Zuchthaus Straubing in seine Wohnung Elisabethstraße 3 zurückkehren kann. Zu Unrecht? Vielleicht. Aber das Urteil ist rechtskräftig. Legal? Legal ist noch lange nicht legitim, Herr Minister. Es kann durchaus sein, und das sage ich Ihnen vertraulich als Mensch, nicht als Minister. Es kann durchaus sein, dass der Dr. Krüger nicht falsch geschworen hat. Aber da ist halt Eid gegen Eid gestanden. Und die Geschworenen haben entschieden. Aber wenn Sie ein Justizirrtum nicht ausschließen können, dann müssen Sie doch etwas unternehmen, Herr Minister. Die Gerechtigkeit... Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist die Grundlage eines jeden Staates. Aber gerade darum muss eines jeden Staates Gerechtigkeit aus dem gleichen Stoff sein, wie eben der Staat selbst. Ich vertrete die Justizhoheit meines Landes mit Überzeugung und das ganzem Herzen. Vielleicht wäre es im Sinne einer reinlichen Rechtspflege besser, wenn ich Clay persönlich hinginge und sagen würde, du, Martin Krüger, bist schädlich für das Land Bayern. Ich muss dich also bedauerlicherweise erschießen. Das ist... Das ist eine ganz ungeheuerliche Bemerkung. Was regt Sie sich denn so auf, Frau Lernkriter? So sind Sie doch gar nicht legitimiert. Sie sind doch mit dem Krüger nicht verheiratet. Noch nicht. Wieso erfahre ich nichts von dem Überfall auf dem Rechtsverband Geier? Es steht doch heute in der Zeitung, Herr Minister. So. Was haben wir denn gelesen? Was hat man ermittelt? Nichts bisher. Es gibt keine Zeugen. Vermutungen? Im Polizeipräsidium ist man der Ansicht, die Täter werden in rechtsradikalen Kreisen zu suchen. So. Lass uns noch suchen. Vielleicht hilft Ihnen der eilige Antonius. Ich will auf dem Laufenden gehalten werden. Jawohl, Herr Minister. Danke. Hier bei Kommerzienrat Hesreiter. Ja. Ja, da müsste ich nachschauen. Wer ist denn? Eine Frau Johanna Krein, Herr Kommerzienrat. Hesreiter. Ja, natürlich erinnere ich mich an Sie. Wie sollte ich nicht? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich freue mich, dass Sie anrufen. Ja, selbstverständlich. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, Sie kommen zum Tee, wenn Sie es einrichten können. Na, morgen, vier Uhr. Jawohl, ja, ich freue mich auch sehr. Ja. So, danke, Anton. Ich mache das schon. Sie machen sich ja keine Vorstellung, gnädiges Fräulein, was das für eine Qual war. Danke. Unter diesem geschworenen Esel, der ich gewesen bin, mich für sowas herzugeben. Nehmen Sie ab, es lang kann das. Na, danke. Und dieses Geschwätz bei der Beratung, diese miesen, neidischen Spießer, erfüllt von Hass und Missgunst mit politischen Ansichten, radikal, antisemitisch, indiskutabel, es könnte einem Angst und Bann werden. Das klingt ja so, als ob Sie ganz und gar gegen die politischen Verhältnisse in diesem Land wären, Herr Hesreiter. Ich, äh, ja, wie soll ich das sagen, ich, für mich sind sie passend. Ich meine, das mag zwar nicht für alle zutreffen, aber natürlich freue ich mich, wenn es möglichst vielen Leuten gut geht. Schauen Sie, ich habe eine keramische Fabrik, ich stelle Massenware her, die muss verkauft werden und geht es den Leuten gut, geht es mir auch gut. Oder, richtiger gesagt, noch besser. Ganz praktisch, wenn man das Allgemeine so mit dem Persönlichen verbinden kann. Ach ja, wer ist kein Egoist, aber es muss alles seine Grenzen haben, selbstverständlich. Ja, der Grund meines Kommens ist auch ein egoistischer. Herr Hesreiter, ich wollte Sie bitten, ob Sie vielleicht etwas für Martin Krüger tun können, ich meine für seine Rehabilitierung nach dieser unglaublichen Rechtsbeugung. An der ich unschuldig bin. Umso eher haben Sie vielleicht Verständnis für meine Bitte. Tja, Sie glauben wirklich, dass ich in irgendeiner Weise... Mein Anwalt, Dr. Geyer, meint... Dr. Geyer, ja, ist er dem wieder auf den Beinen nach diesem schrecklichen Überfall? Ja, halbwegs. Er meint, der Fall Krüger sei längst keine juristische Angelegenheit mehr, sondern eine politische. Und deswegen rät er mir, es über gesellschaftliche Kontakte zu versuchen. Ich meine, das ist ein etwas vager Rat, aber... Vage, ja, aber vielleicht, vielleicht könnte meine liebe Freundin, Frau von Radolny, die hat ja glänzende Beziehungen zum Kronprätendenten. Ich nehme an, Sie selber kennen persönlich niemand dergleichen. Nein. Deswegen bin ich ja hier. Aber, bevor wir weiterreden, möchte ich Ihnen gern was zeigen. Einverstanden? Mhm. Bitte einzutreten. Also, Herr Hessreiter, was denken Sie sich eigentlich? Ach so. Also, was ich Ihnen zeigen wollte, das hängt nochmal hier in meinem Schlafzimmer. Jetzt kommen Sie ruhig rein. Und drehen Sie sich um. Na? Ist die Überraschung gelungen? Ich hab's nie gesehen. Wie finden Sie es denn? Verzeihung, aber ich hab das Bild aus Solidarität gekauft. Aus Solidarität zu Dr. Krüger. Ich wollte nicht, dass es irgendwo in der Versenkung verschwindet. Wenn's doch nie gemalt worden wär. Ich werd's dem Krüger schenken, sobald er wieder in Freiheit ist. Das ist keine sehr gute Idee. Sie sollten im Winter für ein paar Wochen nach Garmisch fahren. Da können Sie mit aller Welt auf eine ganz zwanglose Art in Verbindung kommen. Und auch Frau von Radulny kennenlernen. Was berechtigt mich eigentlich zu all dem, was ich tue? Das ist doch ganz einfach. Ihre Liebe zu Krüger. Die haben Sie ja vor Gericht so tapfer bekundet. Hier gilt doch nur, was vom Standesamt abgesegnet ist. Ja, ja. Ich werde Krüger heiraten. Ich gratuliere Ihnen, Nummer 2478. Sie bekommen einen Antrag. Lieber Martin, ich halte es für angebracht, unser altes Projekt zur Ausführung zu bringen und unsere Beziehung durch eine Eheschließung zu legitimieren. Juristische Berater informieren mich, dass dem auch unter den gegenwärtigen Umständen nichts im Wege steht. Ich werde die nötigen vorbereitenden Schritte ab sofort erledigen. Bei unserer nächsten Zusammenkunft hoffe ich, dir abschließend das mitteilen zu können. Sehr herzlich gegrüßt. Naja, die Unterschrift brauche ich Ihnen ja wohl nicht vorzulesen, Nummer 2478. Im Übrigen hat die Dame recht. Wir haben schon mehrere Eheschließungen unter diesen Umständen gehabt. Könnte ich den Brief mal sehen, bitte? Sie glauben, ich habe ihn gefälscht, Herr Brötigam. Da. Haben Sie die Freundlichkeit, es inzwischen nochmals zu tippen, Frau Lenzelner? Ich bin dann am Nachmittag wieder da. Und meine Einlassungen zur Geschichte der Stadt München bitte auf blauem Papier archivieren. Wird gemacht, Herr Tübelin. Wenn der Verlag anruft, sind Sie irgendwo zu erreichen? Ja, im Zuchthaus Straubing. Wo bitte? Ja, ich trete dort als Trauzeuge auf. Für Frau Dankrein. Ein akttätiger Reue nach einer kleinen Kontroverse neulich. Das ist Jacques Tübelin. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Tübelin. Danke für Ihre Bereitschaft. Ich glaube, wir sollten anfangen. Bitte heranzutreten. Ja, tun wir das. Ich frage Sie, Herr Dr. Martin Krüger, ist es Ihr freier Wille, Johanna Grein zur Ehefrau zu nehmen? So sagen Sie ja. Ja. Ich frage Sie, Fräulein Johanna Grein, ist es Ihr freier Wille, den Dr. Martin Krüger zum Ehemann zu nehmen? So sagen Sie ja. Ja. Somit erkläre ich Sie für rechtmäßig getraute Eheleute. Und Ihre Unterschrift bitte. Und nicht mit Ihrem Mädchennamen, bitte mit Ihrem jetzigen Namen. Wie ist es, Herr Direktor, mit dem Vollzug dieser Ehe? Das würde die Leser der Telegram-Zeitung sicher sehr interessieren. Wenn Sie die Gelegenheit zum Beischlaf meinen, kann ich nur sagen, sonst noch was, dann muss ich Nummer 2478 noch beinahe drei Jahre gedulden. Neuerdings ist mir öfter mal Lektüre genehmigt. In Brems Tierleben hat mich das Kapitel über diese Lemminge besonders interessiert. Seltsam, Ihre rätselhaften Wanderungen. Wie Sie in ungeheure Scharen zusammengedrängt, plötzlich wie vom Himmel gefallen auftauchen und sich durch nichts aufhalten lassen. Durch keinen Fluss, keinen See, selbst durch das Meer nicht. Das beschäftigt mich sehr. Nach Brems ist es nicht richtig, dass Nahrungsmangel der Grund für diese Völkerwanderung ist. Ich glaube das auch nicht. Ein Tierfilm möchte ich gern mal wieder sehen. Überhaupt, Kino, bewegte Bilder. Herr Caspar Bröckler hat bei seinem letzten Besuch hier die Theorie aufgestellt, der Film müsse die Aufnahmefähigkeit des Beschauers für das ruhende Bild der Malerei nachdrücklich verändern. Vielleicht hat er recht. Ich habe übrigens den Direktor gebeten, dass ich ein paar Stunden am Tag schreiben darf. Über die Spanier. In der Erinnerung und ohne die unmittelbare Anschauung ist Koya am faszinierendsten. Und das will ich festhalten. Es könnte eigenartig werden. Wer von meinen Kollegen hat schon die Gelegenheit wie ich, die Abgeschiedenheit des Zuchthauses zu genießen. Martin, ich werde im Februar für zwei Wochen nach Garmisch gehen. Man hat mir dazu geraten. Und in Garmisch treffen sich derzeit alle wichtigen Leute, auch Leute, die für dich wichtig sind, Martin. Tja, wenn du glaubst, dass du dort etwas für mich tun kannst, Johanna, tu's. Das zieht manchmal ein bisschen im linken Arm. Der Anstaltsarzt hat mir ein Nitroglycerin-Präparat verschrieben. Aber das ist doch ein Herzmittel. Was ich an eine vorübergehende Malese. Ich habe da keine Bedenken. Goya übrigens. Mir selbst ein Stück Revolution. Die Beteiligung der Kunst an den politischen Geschicken ist bei ihm Wirklichkeit. Was er mit seiner Malerei über die Geschichte Spaniens erzählt, das sind Bruchstücke, die das eigene Erlebnis wie ein Blitz beleuchtet. Erinnerst du dich an Madrid, Johanna? Ja. Ja. Noch ein Wort, bitte schön, Herr Tüvelin. Ja. Herr Tüvelin, ich kenne Ihre Bücher. Erfreulich. Coriolan gefällt mir am besten. Da nehmen Sie die Philister ganz schön aufs Korn. Meinen Sie? Unsere Leser würden sicher gerne erfahren, wie es kommt, dass Sie für Dr. Krüger den Trauzeugen machen. Sind Sie befreundet? Meine Einstellung zu dem zu Unrecht Verurteilten können Sie demnächst in diversen Gazetten lesen. Ich möchte aber, Sie verstehen, gerne selber drüber schreiben. Kurt, dann schreiben Sie. Der Schriftsteller Jacques Düvelin fühlt sich verpflichtet, seine Solidarität mit jedem zu bekunden, der das Opfer einer Rechtsbeugung geworden ist, sei es öffentlich, sei es im privaten Bereich, wie hier und heute. Danke. Bitte. Der Tüvelin hat seinen Artikel über deinen Fall einer internationalen Presseagentur übergeben. Und ich bin sicher, dass er jetzt in allen wichtigen Zeitungen erscheinen wird. Den ist wirklich gut. Viertel noch eins. Die Sprechzeit ist leider um. Ich muss Ihnen bitten, Frau Krüger. Du wirst durchhalten, Martin. Ich weiß es. Vielleicht ist der ganze Spuk in ein paar Wochen vorbei. Ich muss Ihnen etwas sagen, Johanna. Du musst wissen, dass ich keinerlei Ansprüche ableite. Ich meine aus dem, was hier heute geschehen ist. Das sogenannte Deutsche Freistaat ist zur Freistätte geworden, auf der sich dieses Ungeziefer hemmungslos bereichern kann. Darüber soll es keinen Zweifel geben. Wir wahrhaft Deutschen lassen uns nicht hemmungslos vom Judentum die Gurken abschneiden. Unser Kampf ist zugleich ein Streiten um die Wiedergewinnung der Achtung der deutschen Nation in der Welt. Darum haben wir den festen und unverrückbaren Glauben unser Buster-Sieg werden. Freist! 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 Und war es, dass die Saujuden schuld sind an allem. Und der Rothschild, der wo das Hurtgeschäft hat in der Theatinerstrasse, das ist ein Verwandter von dem Oberspitz-Buhm in Paris getrennt. Und ich sag Ihnen was, wir gehen hin zu dem Rothschild und hauen ihm sein Schaufenster ein. Und er selber den Haumratsamt, den reichen Schlawiner. Du hast doch einen Vogelratzenberger. Was meinst du, wenn der so reich war, dass er nachher selber Hurt verkauft und stellt sich in den Lohn rein und bedient er jede spinnete Goas. Du warst ein Tret-Girl. Ich kenn ihm selber den Rothschild, weil er schon seit sechs Jahren meine Semen liefert. Nein, 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 das ist ein guter Mann. Für was soll der was können, dass der Krieger gegangen ist? Und für Versailles? Gar nichts. Ja, und ich hab mich schon mal drin gehabt in meiner Droschken. Mit einem galizischen Rabbiner ist er eingestiegen. Was meinst du, was die geredet haben miteinander? Daran hab ich gemerkt, dass der Rothschild Mitglied von einem Geheimbund ist. Ich muss er werden, der Saujud. Ja, und das sind die Leute, die was richten, dass unser Geld alle Tag weniger wert ist. Jetzt sag ich doch mal was, Ratzenberger. Du meinst nicht mehr, dass du der Mann bist, seit du den Meinheit geschworen hast. Dass du der Einzige bist, der war euer Recht hat. Was hätt ich? Ein Meinheit hätt ich geschworen. Ja, ein mein-eitiger Hund bist. Sag das noch einmal. Freilich sag ich das noch einmal, dass du ein mein-eitiger Hund bist. Kameraden! Einer unserer Besten ist von feiger Mörderhand gefallen. Ein kommunistischer Hundsfurt hat sein Leben ausgelöscht, weil Kamerad Ratzenberger den jüdischen Erzfeind angeprangert hat. Weil er gesagt hat, was wahr ist. Dass nämlich die Juden und das Zinskapital unser Unglück sind. Weil er gesagt hat, dass wir als wahrhaft Deutsche zusammenstehen müssen in bedingungsloser Treue. Und als wahrhaft Deutscher ist Kamerad Ratzenberger den Heldentod gestorben. Wir werden ihm ein immerwährendes Andenken bewahren. Heil, Kamerad Ratzenberger! Du fielst von schnöder Mörderhand in deinen besten Jahren. Der Feind, der dir das angetan, soll in die Hölle fahren. Die Trommel, der dir das angetan, soll in die Hölle fahren. Ein lieberon Doe, der dir das angetan, soll in die Hölle fahren. Wenn der dir das angetan, soll in die Hölle fahren. Untertitelung. BR 2018 Sie waren fabelhaft, Johanna. So meinen Sie es. Ich bin ja auch in Bayern geboren. Und ich? In der Schweiz, aber gegen Sie habe ich keine Chance. Die ersten Skiläufer in Mitteleuropa gab es in Meeren. In Kreinen, Johanna. Da sind die Bauern schon im 17. Jahrhundert auf zwei hölzernen Brettern den Berg heruntergefahren. Ich dachte immer, die Schweizer wären die ersten gewesen. Meine Landsleute haben dann kräftig nachgezogen, seit die Augustinermönche vom Hospiz St. Bernhard auf Schneeschuhen herumrutschten. Beginn des Alpenskilaufs. Übrigens stelle ich fest, dass Sie Ihren Mann heute noch gar nicht erwähnt haben. So? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Ich bin nur einmal da gewesen, seit wir verheiratet sind. Und? Er war mir sehr fremd in seiner Verzagtheit. Manche reden davon, dass Leiden den Menschen besser mache, sagt er. Ihn nicht, sagt er. Vielleicht unter freiem Himmel, sagt er. Es ist gut, Tüverlin, dass Sie mich daran erinnern, weshalb ich hier bin. Bitte. Bitte sehr. Bis heute Abend. Mhm. Hier. Okay. Servus, Brückel. Nehmen Sie Platz. Bedienen Sie sich. Ich treffe mich hier in Garmisch mit ein paar Amerikaner. Vielleicht ergibt sich dabei die Gelegenheit, dass das Projekt mit Ihrem neuen Motorrad auf eine breitere Basis gestellt wird. Kooperativ, so zu sagen. Weltweit. Soll ich den Herren technische Erläuterungen geben? Oh, das ist nicht notwendig. Nur um mir das zu sagen, bestellen Sie mich her? Ja, warum sind Sie denn so grantig? André? Das soll ich hier abgeben, Herr Baron. Ich habe mir erzählen lassen, lieber Brückel, dass Sie gelegentlich zur Laute singen. Selbstgemachte Sachen. Schauen Sie uns doch mal was davon vor. Wie heißt der Paragraph 1 unserer Verfassung, Herr von Reindl? Er heißt, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Aber wo geht sie hin? Ja, wo geht sie wohl hin? Irgendwo geht sie doch hin. Der Polizist geht aus dem Haus. Aber wo geht er hin? Ja, wo geht er bloß hin? Seht, jetzt marschiert das große Tromm. Aber wo marschiert es hin? Ja, wo marschiert es wohl hin? Irgendwo marschiert es doch hin. Jetzt schwenkt es um das Haus herum. Aber wo schwenkt es hin? Ja, wo schwenkt es bloß hin? Die Staatsgewalt macht plötzlich Halt. Da sieht sie etwas stehen. Was sieht sie denn da stehen? Da sieht sie etwas stehen. Und plötzlich schreit die Staatsgewalt. Sie schreit, auseinander gehen! Warum auseinander gehen? Sie schreit, auseinander gehen! Ihr Geschmack, Herr von Reindl? Bravo! Weiter! Da steht so etwas zusammen Gewalt und etwas fragt warum. Warum fragt es denn warum? Da fragt sowas warum! Da schießt natürlich die Staatsgewalt und da fällt so etwas um. Was fällt denn da so um? Warum fällt es denn gleich um? Die Staatsgewalt sieht, da liegt was im Kot. Irgendwas liegt im Kot. Was liegt denn da im Kot? Irgendwas liegt doch im Kot. Und da liegt etwas wie Mause tot. Aber das ist ja das Volk! Ist denn das wirklich das Volk? Ja, das ist wirklich das Volk. Was wird jetzt mit meiner Neukonstruktion? Das ist doch bloß Gerede mit Ihren Amerikanern. Sie wollen mich vertrösten. Sie haben mich herbestellt, damit ich Ihnen den Hans Wurst mache. Sie haben Ihren Tee noch gar nicht angerührt. Essen wir zusammen? Das glaube ich nicht. Darf ich Ihnen das hier schenken? Shakespeare's Sonnette. Gibt's da nicht auch einen Privatdruck von Ihren Balladen? Ja, in 20 Exemplaren. Könnte ich da eins haben. Ich bitte 100 englische Pfund. Sie meinen, da kann ich mir beinahe ein Haus davon kaufen, aber die Dinger sind unverkäuflich. Danke. Habe die Ehre, Herr von Reindl. Lassen Sie die Hotelrechnung auf mein Zimmer schreiben. Voraan. Kommen Sie die Hotelrechnung auf mein Zimmer. estatus. Schönen Sie die Hotelrechnung. No, Moment. Sie sollen Arада mal machen. Ich danke Ihnen. Kann ich die mal haben? Nein. Vielleicht später. Wann? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in zwei. Wenn die Dame erschienen ist, auf die ich hier warte. Oh, ich rate Ihnen ab. Falls Sie kein Jiu-Jitsu können, ist das aussichtslos. Es sei denn, Sie sind ernsthaft politisch interessiert. Sind Sie das? Sicher mehr als Sie. Dann können Sie sie gleich lassen. Bitte. Der Artikel über die Funktion der Kunstmuseen im bolschewistischen Staat, den können Sie sich sparen. Der Kerl schreibt Blödsinn. So. Ich fürchte, es gibt nicht einmal ein Dutzend Leute, die etwas Ernsthaftes dazu zu sagen haben. Das ist unerschlossenes Gebiet. Ich habe ein Jahr damit verloren, um drauf zu kommen, dass der Marxismus Sinn für mich hat. Und ein weiteres Jahr, um zu kapieren, dass er keinen Sinn für mich hat. Wollen Sie mich nicht in Ruhe lesen lassen? Die Schwierigkeit für mich ist, dass ich zwischen den Klassen stehe. Ich bin nämlich Schriftsteller. Aber zur Zeit bin ich sowieso der Meinung, dass das deutlichste Motiv für meine Handlungen der Spaß ist. Der reine Spaß. Sie verstehen? Nein. Es gibt eine gewisse Glorifizierung des Spaßes in einem antiken Theaterstück. Darin ist der Spaß ungefähr aufgefasst als Kreuzung und Durchkreuzung der zivilisatorischen Vernunft durch den Naturtrieb. Pentheus gegen Bacchus. Das Stück ist von Euripides und heißt Die Backchen. Kennen Sie das zufällig? Ich kenne es nicht. Aber ich gebe Ihnen zu, dass dieser Artikel ein Schmarrn ist. Was haben Sie da gerade über Spaß gequatscht? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich nicht so anmaßend bin, meinen Spaß, das heißt, das, was ich schreibe, als verbindlich auch für andere zu erklären. Unverbindlichkeit ist eine Todsünde. Aha, das Diktat der Verbindlichkeit. Wissen Sie, das überlasse ich anderen. Machtmenschen. Politikern, Pfaffen, Hohlköpfen. Und Schriftstellern, die sich mit Recht zu nennen, weil sie Dokumente der Zeit machen. Das ist ihre Funktion, sonst nichts. Die Menschen in diesem Staat sind gespalten in zwei Klassen, die sich bekriegen. Der Klassenkampf ist der einzig gegebene Gegenstand für einen Schriftsteller. Vor dem kann er sich nicht drücken. Sonst ist seine Existenz ohne Sinn. Ja, schauen Sie hin. Der schiere Strich, das lasterhafte Tal. Shakespeare oder Johannes R. Becher? Keiner von beiden. Wer? Das ist wurscht, stimmt jedenfalls. Übrigens heiße ich Bröckel. Kaspar Bröckel. Jacques Duverli. Ach so, der. Ja. Kognak? Ja. Herr Ober. Zwei Kognak, bitte. Prost. Was machen Sie denn in Garmisch, Herr Bröckel? Per Order Mufti. Ich bin bei den bayerischen Motorenwerken beschäftigt, aber nicht mehr lange. Der Alte geht mir auf die Nerven. Warum? Reindl? Aha. Was halten Sie von der Literatur der Aufklärung, Herr Bröckel? Nix. Verstaubtes Zeug. Sie halten also nichts von den Idealen der Freiheit, Vernunft, der Güte. Was nützt die Güte, wenn die Gütigen erschlagen werden? Oder man erschlägt die, zu denen die Gütigen gütig sind. Was nützt die Freiheit, wenn die, die frei sind, unter den Unfreien leben müssen? Was nützt die Vernunft, wenn bloß der Unvernünftige etwas zu fressen hat? Anstatt nur vernünftig zu sein, müssen wir dafür sorgen, dass die Unvernunft zu einem schlechten Geschäft wird. Anstatt nur gütig zu sein, müssen wir einen Zustand schaffen, der die Güte überflüssig macht. Und anstatt von Freiheit zu faseln, müssen wir einen Zustand schaffen, der sogar die Liebe zur Freiheit überflüssig macht, weil alle frei sind. Und das wäre dann die normative Kraft des Faktischen. Ihre Theorie ist etwas eingleisig, Herr Brüttel. So, meinen Sie. Ah, der Cognac. Danke. Also, Herr Brüttel. Jawohl. Ah, la dame arrive. Grüß Gott, Kaspar. Grüß Gott. Wie kommen Sie denn ins Sonnenblicken, das ist ja beinahe so... Hinten sich. Der Reindl hat mich herbestellt, dieser arrogante Hirsch. Das ist Kaspar Bröckel, ein Freund meines Mannes. Jacques Tüverlin ist unser Trauzeuge. Wir haben eine Abmachung miteinander. Er interessiert sich für den Fall Krüger und ich interessiere mich für seine Späße. Traktiert er sich auch mit seinen Vorzehideen, Johanna? Könnten wir unsere Unterhaltung beim Abendessen fortsetzen, Herr Bröckel? Ich habe schon vorhin eine derartige Einladung abgelehnt. So. Gelobter Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich habe erst gestern weicht bei Ihnen hochwerden. So. Dann sind Sie jetzt schon wieder da. Ja. Weil ich gestern was nicht gesagt habe und überhaupt noch nie. Was denn? Es ist wegen meinem Mann, der gestorben ist, weil sie unterschlagen haben. Ach. Und weil er einmal an meine geschworen hat, mein Mann. Und der andere, der für im Zuchthaus sitzt. Natürlich unschuldig. Und ich habe mir gedacht, dass mein Mann jetzt im Fehlfeuer, dass er deswegen in die Flammen schmachtet. Ja, gute Frau, da können wir nur hoffen, dass Ihr Mann im Zustand der heiligmachenden Gnade gestorben ist. Sonst sehe ich es noch schlimmer aus. Wissen Sie, ob er diese schwere Sünde jemals gebeichtet hat? Ja, er ist ja bloß allerweil bloß auf Ostern in Kirch gegangen mit dem Feuchter. Aber mir hat es eingestanden, dass er falsch geschworen hat. Und ablehrt hat er mich. Deiner dwegen habe ich falsch geschworen, du Blöds, nur damit wir die Konzession nicht verlieren von unseren Taxameter. Ich verstehe das alles nicht so recht, aber eines weiß ich sicher, Sie müssen zum Gericht und dort die Wahrheit bekunden. Vielleicht gelingt es damit, dem lieben Gott gnädig zu stimmen. Und er erbarmt sich der armen Seele ihres Mannes. Natürlich kann das Eingeständnis der Witwe Ratzenberger die Einleitung... Wie gesagt, es kann die Einleitung einer Wende bedeuten, aber wir dürfen die Sache nicht zu optimistisch sehen. Aber wieso denn nicht? Damit ist doch erwiesen, dass Martin unschuldig ist. Fräulein Kreil, pardon Frau Krüger, ein Wiederaufnahmeverfahren in die Wege zu leiten, ist eine schwierige Angelegenheit. Und in diesem Falle beinahe aussichtslos. Das verstehe ich nicht. Über die Zulassung eines Antrags auf Wiederaufnahme entscheidet nach § 367 der Strafprozessordnung das Gericht... ...dessen Urteil mit dem Antrag angefochten wird. Ihr also jenes bayerische Gericht, das Ihren Mann verurteilt hat. Ich müsste nachweisen, dass sich der Zeuge Ratzenberger mit der Beeidigung seiner Aussage... ...einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat. Gemeinhin anerkennen die Gerichte in einem solchen Fall mein Eid, aber nur, wenn er bekräftigt ist, durch eine Verurteilung des fraglichen Zeugen. Der fragliche Zeuge Ratzenberger befindet sich derzeit aber im Fegefeuer, wenn nicht noch anderswo. Einen Verstorbenen kann man mitunter rehabilitieren, aber eine posthume Verurteilung gibt es leider nicht. Glauben Sie denn, der feine Herr Landgerichtsdirektor Hartl, von dem Sie ja einen ganz persönlichen Eindruck haben, wird die eidesstattliche Erklärung der Witwe Ratzenberger als hinreichenden Nachweis im Sinne des Gesetzes gelten lassen? Ich denke, nein. Auf alle Fälle wird etliche Zeit verstreichen, bis ich das Material herbeigeschafft habe, um den Antrag juristisch genügend zu fundieren. Ich empfehle Ihnen also weiterhin hier in Garmisch aktiv zu sein, Frau Gröbe. Erich, darf ich um das Vergnügen bitten, mit Ihnen zu treten? Erich, darf ich um das Vergnügen? Amen. Früher ist das eine Lagerhalle von der Bayward gewesen. Haben sie halt immer gebraucht. Und da denk ich mir, Handler denk ich mir, da macht der Nachtlokal draus. Die Dekoration hab ich von Berlin, da hat der Kollege umgeschmissen und der hat mir das ganze Zeug billigst verkauft. Er war froh, dass es los war und ich war froh, dass es es gehabt hat. Nicht schlecht, was Herr Tüffelin. Sehr listig. Und fertig wird's auch bis zur Premiere. Pünktlich zum 15., wie ich ihn damals gesagt hab in München. Ich freu mich, dass Sie kommen werden. Und Ihren Kordo-Husch hab ich auch schon. Gut. Und das Programm. Die Insarova. Meine Entdeckung. Eine Rossin. Habe ich auch in Berlin gefunden. Garmes ist ja nicht sehr groß. Wir sehen uns sicher wieder. Ja. 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 Das sind Sie ja. Ich freu mich, dass Sie meinem Ratschlag gefolgt sind. Ach, Herr Hessreiter. Ich hab die Herr soeben angetroffen und nicht allein. Darf ich die Damen bekannt machen? Das ist Johanna Krein und hier ist meine liebe Freundin Katharina Radolny. Grüße Sie, Fräulein Krein. Ich heiße jetzt Krüger. Ach, haben Sie es also wahr gemacht. Dürfen wir uns ein bisschen zu Ihnen her setzen? Aber gern. Ein großer Mann, den ich nicht besonders gut leiden mag, sagte, die Philosophen haben die Welt erklärt, es kommt aber darauf an, sie zu ändern. Ich, wenn meine Person glaube, dass das einzige Mittel, sie zu ändern, ist, sie zu erklären. Erklärt man die Welt plausibel, ändert man sie. Auf stille Art, durch Vernunft. Sie mit Gewalt zu ändern, versuchen nur diejenigen, die sie nicht erklären können. Gegeben zu Garmisch-Partenkirchen, Hotel Post, Zimmer. 31, Herr Tüvelin. 31, danke. Datum und so weiter. Natürlich war es grober Unfug, dass Paul sich überhaupt als Geschworener zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten auch schon einige Auseinandersetzungen zu diesem Thema. Ja. Der Anschein, dass ich am Urteil gegen Ihren Mann mitschuld sein könnte, der hat mich immer bedrückt. Aber Sie waren ja nicht der einzige, Herr Hessreiter, der sein Votum abgegeben hat. Ich bin froh, wenn Sie das so sehen. Ich hab neulich schon den Eindruck gehabt, Gott sei Dank. In den nächsten Tagen wird in Garmisch der Kronprätendent erwartet. Und als begeisterter Schlittschuhläufer pflegt er im Hotel am Rissersee Quartier zu nehmen. Ich kann versuchen, für Sie ein Gespräch zu arrangieren. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Auf die Stimme seiner Königlichen Hoheit wird immer noch gern gehört. Auch im Freistaat. Es ist sehr bitter, Königliche Hoheit, dass in einem Land, das Ihr Hausam erregiert hat, ein Unschuldiger so der Willkür der Justiz ausgeliefert ist. Sie können mir glauben, Frau Kröger, dass ich die politische Szene mit großer Besorgnis beobachte. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Exil zu bleiben. Weitab von den Misslichkeiten, die einem tagtäglich vor Augen geraten. Das Aufkommen einer Partei, die sich national und sozialistisch nennt, droht zum Sammelbecken für Unzufriedene zu werden, die auf falsche Parolen hereinfallen, auf patriotisches Geschwätz, das nur den Zweck verfolgt, irgendwie an die Macht zu kommen. Und wehe uns diese Leute kommen an die Macht. Dann sind die Rechtsbeugungen der Gegenwart nur paar Gatellen gegen das, was geschehen wird. Solange mein Mann im Zuchthaus in Straubing sitzt, interessiert mich die Zukunft nicht, Königliche Hoheit. Mein Kind, ich gebe Ihnen einen Rat. Wenden Sie sich an den Ökonom Bichler. Sie wissen, der blinde Bauernführer. Sein Einfluss ist wesentlich größer als meiner. Ja, manche Leute sagen, er wäre jetzt der heimliche Regent in Bayern. Ja, Bichler ist gescheit, unbekümmert um Prestigedinge, menschlich. Ja, aber wird er mich überhaupt empfangen? Sicher. Wir müssen nur eine günstige Gelegenheit abwarten. Ich werde dann von mir hören lassen, Frau Krüger. Aber jetzt sind Sie nicht verzagt. Es wird alles wieder gut werden. Herr Minister, bleiben Sie lange in Garmisch? Na, schauen wir mal. Eine Woche vielleicht. Haben die Herrschaften rezergiert? Herr Zaunler hat uns gebeten. Ich sage dem Chef sofort Bescheid. Im Übrigen finde ich diesen Bröckel amüsant. Ein amüsanter Sozialist. Nebenbei verfasst er aufmüpfige Balladen, die er dann selber zur Laute vorträgt. Ich sag ja, amüsant. Herr Zaunler, dass jemand am Eingang behauptet, Sie hätten ihn eingeladen. Ach, der Herr Tüferlin, danke. Herr Tüferlin, ich freue mich, dass Sie da sind. Madame, darf ich bitten, mir zu folgen? Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, dass ich Sie am Tisch vom Herrn Comerzirat Hessreiter platziere. Wer ist der Leiter? Paul, Fabrikant, Süddeutsche Keramik, Geschirr, Wasen, Kacheln, Gartenzwerge. Die Geschworene, von dem ich Ihnen erzählt habe. Herr Zaunler lässt fragen, ob Sie bald fertig sind. Da, da, da. Ich bin froh, dass Sie das Gespräch mit seiner königlichen Hoheit hoffnungsvoll stimmen, Frau Krüger. Ja, das tut es wirklich. Vielen Dank, Frau von Radolje, dass Sie sich so nett für mich eingesetzt haben. Aber das ist doch gern geschehen. Schon aus ganz bestimmten Gründen. Ich wollte auch etwas für das schlechte Gewissen des Herrn Comerzirats tun. Schließlich ist es Paul nicht gelungen, die Geschworenen umzustimmen. Natürlich trifft Krüger auch Schuld. Er als gebildeter Mann hätte schließlich wissen müssen, dass er frevelhaft handelt, wenn er für das Bayern dieser Jahre gute Kunst kauft. Und man hätte ihn wegen Aufmüpfigkeit anklagen sollen, nicht wegen eines Meinheits, den er gar nicht geschworen hat. Für meine neueste Entdeckung, die Insa Rover. Das ist ein Wiedshaus. Das ist ein Wiedshaus. Das war's für heute. Also in der Ausbildung, die Insa Rover ist auf dem Weg zum Weg. Und das ist ein Wiedshaus. 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 I'm out! I'm out! Paundler, 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 gewagte Angelegenheit. Neuer Minister, gefällt's dir? Sehr gut, sehr gut. Sie, vor allem, da tritt die charmante Dame noch einmal auf. Ja, freilich, freilich. Sie zieht sich grad um. Sauber. Ganz apart, warte ich reizen oder so. Ja, freut mich. Какой скучно. Это мне очень понравится. Du, молодец. Guten Abend. Sie haben mich vorhin so deutlich fixiert. Richtig begehrlich haben Sie mich fixiert. Ich stehe zur Verfügung. Что вы делаете? Ну что? Stell dich nicht so an, du kleine Mutter. Что вы хотите? Ja, ό, сито! Sie юст пиз. Вы плюгельствием с каждым вас, но я не с мне. Пашарцарту! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020